Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nüchterweisheit letzter Schluss. Dieses Mal geht es um Probleme mit ImageMagick beim Erstellen von riesigen PDFs aus PNGs. Das Ganze hat den Hintergrund, dass ich für unsere diesjährigen Kilo Open Source und Linux Tage einen weiteren Sammelband mit Pepper & Carrot Comics von David Rivoire zusammengestellt habe und das Ganze in Druck gegeben habe. Dabei gab es im Zusammenhang mit ImageMagick in der Version 6.2 Probleme. Erstens kann dieses ImageMagick, so wie es unter Debian 10 und Ubuntu 20.04 installiert und konfiguriert wird, überhaupt keine PDFs erzeugen und zweitens die Bearbeitung von großen Datenmengen funktioniert auch nicht. Das Ziel-PDF, was ich dann an die Druckerei geschickt habe, hat ungefähr 700 MB und das funktioniert halt so nicht. Die ImageMagick-Zeile, um aus den PNGs das PDF zu generieren, ist folgendes. Da sind verschiedene Parameter drin, die gebraucht werden, dass dann so ein weißer Rahmen drum ist, damit da nichts rausfällt, die Seitengröße ist eingestellt und so. Das passt ganz gut für dieses Comic-Layout, was wir da haben, bei den Comics, die ich so drucke. Das erste Problem ist erstmal das generelle Erstellen von PDFs, was so nicht funktioniert. Dort bekommt ihr in so einer Fehlermeldung, wo es steht, not authorized PDF-Dingsbums. Denn in den mitgelieferten Sicherheitseinstellungen steht drin, dass PDFs weder gelesen noch geschrieben werden dürfen. Warum auch immer. Man muss jetzt in dieser ImageMagick6policy.xml extra reinschreiben, dass über Writes, Read oder und oder Write der Zugriff auf PDFs erlaubt wird. Muss man wissen, hat mich erstmal gewundert, warum es so aus der Tüte fällt. Musste ich ein bisschen suchen, bis ich sowas gefunden habe. Und mein Skript, was ich hier drin stehen habe, das guckt erstmal nach, ob es diese Policy-XML überhaupt an der richtigen Stelle gibt. Und ob nicht schon eingetragen ist, dass Lesen und Schreiben für PDF erlaubt ist. Wenn das nicht drin steht, wird das einfach innerhalb dieser Datei, dieser Policy-XML angehängt. Das zweite Problem ist das Bearbeiten von großen Datenmengen. Da bekommt ihr sowas, Cage Resources Exhausted. Also es ist nicht genug Platz im Cage vorhanden. Also das ist aufgebraucht. Dort habe ich diese Fehlermeldung auch mehrfach gekriegt. Also für verschiedene PNGs, aus denen ich das PDF generieren möchte. Lösung für diese Sache findet man auch noch ein bisschen suchen mit einer Suchmaschine ist. Man muss dieses Ressourcen-Limit für diesen Festplatten-Cage erhöhen. Zum Beispiel auf 8 GB. Standardmäßig ist der auf 1 GB. Die ist 1 GB war für das, was ich vorhatte. Einfach zu gering. Wahrscheinlich werden erstmal die ganzen PNGs in reine Pixel-Daten umgeformt, also dekomprimiert. Und dann wird das Ganze neu zusammengesetzt zum PDF. Und das hat eben das 1 GB bei weitem überschritten. Mit dem 8 GB-Limit hat es wunderbar funktioniert. Das war es jetzt letztendlich auch schon. Dieses Video habe ich direkt vor unseren Kilo Open Source und Linux Tagen aufgenommen. Ich hatte jetzt nicht so wirklich viel Zeit. Solltet ihr das Video vorher sehen, also vor dem 16. September, an dem es losgeht mit dem Linux Presentation Day, oder 17. und 18., wo unsere eigentlichen Linux-Tage laufen, dann könnt ihr auch noch daran teilnehmen. Ansonsten müsst ihr leider hinterher euch mit den Mitschnitten begnügen. Für die Workshops, die dort laufen, müsst ihr euch vorher anmelden, damit ihr teilnehmen könnt. Die Anzahl der Workshop-Plätze ist jeweils auf 10 begrenzt. Wir haben auch ein Work-Adventure, wo wir so ein bisschen mit anderen Zuschauern und Besuchern interagieren könnt. Da könnt ihr euch ein bisschen unterhalten, euer Wissen austauschen und so weiter. Wenn ihr es hinterher sehen solltet, dann bleiben euch leider bloß die Mitschnitte. Ja, bis dann. Viel Spaß beim Ausprobieren, Nicht-Ausprobieren. Macht's gut. Nicht-Ausprobieren. Musik. 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 Musik.